Hallo, ich bin die Melik Kawal. Ich bin stellvertretende Vorsitzende bei der Integrationsbeirat der Stadt Fürth. Mein Motto ist der Mensch seht. Ich engagiere mich zuerst natürlich Integrationsbeirat und ich engagiere mich dann bei der DDP Fürth, bei der Führung, die die Schüler und Schülerinnen, Schulklassen uns besuchen oder verschiedene Vereine, Kirche oder interessierte Menschen kommen uns und besuchen uns dann in der Moschee. Und ich engagiere mich auch bei der Stadtjugendhilfe, dann ich bin auch selber bei MIMI Mediatorin. Ich koordiniere Nürnberg und Fürth. MIMI ist eine muttersprachliche Gesundheitsvorsorge. Und ich möchte erreichen bei der Integrationsbeirat, den Menschen das Zusammenleben und Kennenlernen in Fürth erleichtern, Integration voranbringen und für die Flüchtlinge eine Anlaufstelle schaffen und natürlich Vorurteile abbauen, den Menschen in den Vordergrund bringen und nicht die Nationalität. Das sind meine Wünsche. Danke.